hallo wir sind jetzt hier mit auf den also fahren jetzt zum einsatz es gibt einen pumpen einsatz ich spiele heute notruf 1 2 teils 2 nicht an und auf geht's übrigen ich kann es nicht runterladen ich habe keine hat das drauf hier leitstelle munheim kommen aber dazu später auch 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 Jakob 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 Und Zack Angekommen Jetzt erstmal Absitzen Ich bin der Böse hier. Ah, ich bin der Böse. Ah, der Böse da. Ich bin der Böse. Oh ja. Ja! Das ist der... Okay Okay So, jetzt Technik, Pumpeneinsatz, auf geht's! Okay, ich bin jetzt schon gleich Hier, Leitstelle Mülheim, kommen Ja Schauen wir jetzt an dich! Das ist verstanden, Ende Ja So So, jetzt zurück! Achso! Ach, auf der anderen Scheine Ich muss die Kinder mal hier rum Hallo? Achso, ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ja, ich bin hier Aber nein! Aha Aha So, jetzt Elis, die Bode ist Wasser Zack 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 Jetzt geht's los Das ist Buzi Zack Das Haus Sieht hässlich aus Sorry, aber Wie kann denn sowas funktionieren? Was ist das denn? Äh, nicht die Uhr. Geil. Ah, eine Geil. Zack, zack. Zusammenfangen. So. Wie ist das denn Schlauch angekommen? Schlauch? Kann der nicht, äh, liegen oder stehen? Jetzt wurde Schlauch angekommen. Schlauch? 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 Wo ist jetzt der Schlauch hin? sauer? So, nächster Uhr noch. Ich hab meine, es geht ruhig zu kommen. Durch die Schlauch zu fahren. So, jetzt ab nach Hause. Tschüss, ich war mit Ihnen ein Vergnügen. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Und, na, zurück. Heze. Oh, es ist ja schon drühe. Ich will es schaffen, ich will es schaffen, ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe. Nein. Ich habe es, ich habe es. Nein. Ah, endlich. Du bist du, du bist du? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Du bist ja schon mal. Was? Das war, das war rot. Ich war blind. Übrig. Die Größe an Nelly raus. Auch wenn das wahrscheinlich zu zweitens ist. Ich wusste nicht mehr, ob ich es gewusst habe. Auf jeden Fall muss ich gehen raus. Wie sieht das auch aus? So Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich zeige jetzt nochmal euch die Einsatzfahrzeuge. Also wir haben hier den ELW, das LF, eigentlich HLF, das TLF, der ELW, äh das CAF, die DLK, Drehlader, der RTW, Rennungswagen, die Polizei, N, E, F oder 2 und der ELW. Das ist der ELW, das Löschfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug, Camp, Drehlader und Rennungswagen. Das nächste Mal fahren wir mal mit dem Typen. Das ist das Teil hier. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.